Also liebe Hockey Diversity Friends, wie schon ihr weißt, die feiern den zehnjährigen Jubiläum. Die Jungs machen wirklich super, super Arbeit. Also auch, wie sie mich gerade gefühlt haben, wirklich Dankeschön an euch. Folgt die Jungs, seid immer bereit, den Likes zu geben, zu folgen, Videos anzuschauen und auch mal dementsprechend guten Support zu geben. Und nochmal an euch allen Dankeschön. Ja, und wie gesagt, Rassismus raus aus dem Sport. Und wie schon gesagt, die Jungs sind wirklich super. Folgt denen und einen herzlichen Dank. Und wir sehen uns. Ciao.